Und das sehen wir auch schon wieder. Uh, da... Okay. Wir wissen nicht, wo wir hier... Aber wir probieren es einfach mal. Uh, was ist denn das? Oh, okay, einfach mal der Lift. Sonst hängt das... Aber gehen wir da mal kurz... Schauen wir mal, was wir denn da so... Schönes alles finden. Gehen wir da einfach mal kurz durch. Was kann denn schon Großartiges passieren? Außer wir werden wieder von hinten gepackt und so. Uh. Oh. Ähm. Hä? Okay. Zack. Nice. Hoff, 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 hoff. Nice. Boah, shit. Hä? Hey, Großer. Wie war das nochmal? Es kann nichts passieren. Aha. Wie nett. Cool. Was? Gut, was sagen wir jetzt nicht. Wir müssen da auch noch runter. Aha, okay. Ab, lauf. Oh, shit. Boah, komm. So, lauf und mal. Lauf, 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 lauf. Scheiße. Ah, wow, wie nett. So, und, ja, das war mein Arm. Aha. Aha. Wie nett. Okay. Ah, dann müssen wir halt schauen, dass wir hier rauskommen. So, und so schnell wie es geht. So schnell wie es geht. Nice. Und, boah. Okay, dann schauen wir, dass wir da mal kurz durchkommen. Und sonst irgendwas. Oh, fuck. Oh, oh. Da können wir nicht irgendwie durch oder sonst irgendwas. Oh, fuck. Oh, fuck. Hinter mir ist er sicher, gell? Er ist fix hinter mir. Oh. Ähm. Fuck. Alter. Wow. Shit. Geil. Oh, Mann. Wie verstörend. Mal kurz umschauen. Ob wir da vielleicht... Ah, okay. Da können wir... Wir können sogar das öffnen. Okay, dann öffnen wir mal. Hallo? Batterien? Sehen nicht irgendwo welche Batterien? Okay, wir haben dabei eh zum Glück genug Batterien. Oh, oh. Und verstecken. Wollen Sie das Spiel nicht doch schwerer machen? Nein, böse. Alter. Alter. Scheiße. Wir gehen da jetzt einfach mal langsam rauf, in der Hoffnung, dass wir dabei nicht krepieren. Alter. Scheiße. Kommt, der kommt eh nicht. Kommt eh nicht drauf, oder? Er kommt drauf. Toll. Dankeschön. So, und da... Versteckt man sich jetzt einfach mal. Versteckt dich da runter! So. Endlich. Passt. Puh. Es ist wunderschön dunkel und wir sehen gar nichts. Je net. Er kommt immer näher. Ich glaube, jetzt ist er hier. Fuck. Aber es hört sich aber auch wieder so an, wie wäre er immer weg. Weiter und weiter weg. Ich... Es kies jetzt. In der Hoffnung, dass wir überleben. In der Hoffnung, dass wir überleben. In der Hoffnung, dass wir überleben. Nicht, dass er jetzt vor ihm ist. Ach, zum Glück. Okay, ich glaube, er ist unter uns. Er ist, glaube ich, unter uns. So, dann... Können wir da eigentlich ruhig... Da so... Oh, oh. Schönbar auf Nachladen jetzt. Oh, Mann. Oh, Fick dich, Alter. Fick dich. Hoffentlich kommt er jetzt nicht bei dieser Richtung, weil dann sind wir richtig im Arsch. Dann... Dann sind wir wirklich im Arsch. Oh, oh. Oh. Okay. Oh, fuck. Lauf, Schlampe, lauf. Nein. Böse. Böse. Lauf, 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 lauf. Lauf. Oh, wir können auch da durch. Nice. Oh, jetzt laufen wir, glaube ich, wie den Kreis. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir kommen da durch. Geh da einfach mal so durch. Wo wies einfach mal. Oh. Okay. Oh. Bist du behindert? Oh. Scheiße. Gänsehaut überall jetzt gerade. Bam. Bam. Hi. Oh. Ähm. Er kommt ihm mehr näher. Bitte tu mir nichts. Hi. Hi. Uh. Gehen wir da mal kurz da rein. Und verschließen einfach da mal kurz. Wieso geht der mir da eigentlich nach? Richtig. Oh. Der schaut eher so aus, wie würde er mich gerne auffressen wollen. Aber sonst. Die schauen ja alle so aus, wie würden sie mich auffressen wollen. Dürfen wir hier da irgendwie... ...weben die Tür öffnen oder so. Die Frage ist eher, wie? Aha. Vielleicht kommen wir da so rauf. Genau. Ja. Genau. So. Schauen wir mal kurz. Sag mir jetzt nicht, der kann auch noch klettern, obwohl eigentlich... ...ne, der kann eher zum Glück nicht. Aber gehen wir... Hin und wieder müssen wir halt ein bisschen... Oh. Schön. Ne. Ah. Da. Boah, zum Glück. Dankeschön. Dankeschön. Oh. Ähm. Jetzt müssen wir wenigstens... So nah sollten wir lieber nicht zu ihm kommen. Oh. Das kann ja nur eine Falle sein. Äh. Bitte tut sich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte nicht angreifen. Bitte nicht angreifen. Bitte nicht angreifen. Ja. Benutzen wir einfach mal die Kamera. Genau. Uh. Oh. Komm rauf. Passt. Puh. Aha. Da machen wir natürlich gleich mal auf und holen uns da die Dokumente. Hey mein Freund. Ah. Was für eine nette, bruttige Matratze. Und dann schauen wir mal. Okay. 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 Ich lese mir sie natürlich alles später durch. Da oben. Können wir da vielleicht da oben noch irgendwie was machen? Oder vielleicht finden wir... Ah. Da oben können wir sicher noch was machen. Ah. Gehen wir mal kurz da. Okay. Passt. Wir brauchen dazu irgendwie was. Hm. Na okay. Dann gehen wir mal rauf. Dann müssen wir halt unbedingt mal alles kurz durchsuchen und so. Haben wir da vielleicht irgendwie... Ah. Da schaut's aus wie hätten wir da drin Batterien, gell? Genau. Perfekt. Unsere gehen eh schon wieder aus. Oh shit. Sollen wir uns öffnen mäßig oder so. Schauen wir mal kurz da. Ob wir da flüchtigen gehen. Hm. Wie nett. Wunderschön angepisst und angeschissen. Boah. Alter. Da. Okay. Okay. Sorry, dass ich vorbeigekommen bin. Und nach ihm geschaut hab. Okay. Passt. Oh. Alter. Lass. Oh. Fuck. Oh je. Klar, dass sowas passiert. Puh. Okay. Ah. Er hat Angst. Ich denke da mal plötzlich nicht, dass du mich dann jetzt darunter stoßt oder sonst irgendwas. Ja, genau. Puh. Kurz tue ich schon sonst irgendwie. Okay, da schaut es mal so aus wie ein bisschen wie immer runter. Sonst irgendwas trotzdem schau ich mich da jetzt noch kurz um. Ob man da vielleicht irgendwie was finden können. Na gut. Dann gehen wir mal runter. Oh. Pisse. Oh. Die Frage ist nur, wo ist es denn schöner? Da oder da? Ich geh einfach mal den Bluten lang. Hm. Okay, wir dürfen uns verstecken. Fuck. Was für tolle Gemeinsams duschen. Oh. Ich nehme an, das soll scheiße sein und so alles drum und dran. Okay, da haben wir sonst eh nichts. Ja, dann müssen wir da rein, leider. Oh. So. Ich habe mir jetzt gedacht, das ist irgendwie so wasserkanalisationsmäßig oder so. Aber nee, das ist der Boden. Okay. Oh. Fuck. Ah, der große, der war schon sehr nah an uns dran. Sehr nah. Das war schon sehr heftig. Okay, passt. Okay, passt. Da haben wir wenigstens finden einen Weg aus der Kanalisation. Okay, da, okay. Okay, da, okay. Kann da? Okay, kann eh. Ich schaue nur mal kurz, ob man da flüchten. Nein. Oh. Da hat jemand schon versucht zu flüchten. Wie nett. Hätte ich aber auch versucht. Jetzt schauen wir noch kurz. Darf ich da noch irgendwie was isst oder sonst irgendwas? Okay, passt. Dann gehen wir einfach mal kurz ins Licht. Ah. Ich hoffe, wir haben unsere Ruhe da unten einmal. Ja. Kurze Ruhe. Die Frage ist jetzt nur. Ah, okay, passt. Ah, da ganz. Okay, passt. Nice. Dann gehen wir da mal kurz durch. Uh, okay. Räuchte jetzt unabsichtlich irgendwie auf. Ah, okay. Das war nur so ein Ladebalken. Aha, okay. Wie nett. Also. Oh. Okay, das hat jetzt so komisch ausgeschaut, wie. Wie würde da jemand mit einer Taschenlampe irgendwie wem suchen oder sonst irgendwas. Hm. Scheißspuren. Also ich hoffe da schon, dass wir jetzt irgendwie auch unsere Ruhe haben da unten. Ja. Okay. 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 Gehen wir halt einfach mal in den Dunkeln da so weiter. Ah, da mähe ich schon das Licht. Aber was sagt uns das Licht? Nicht immer ist das Licht gut. Und wir gehen da jetzt einfach mal durch, in der Hoffnung, dass uns keiner wieder schnappt. Huh. Okay. Dreh zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Aha, okay. Ich. Ja. War ja klar. War ja klar, dass sie es nicht so einfach machen, oder? Und er kommt genau auf uns zu. Was ist denn da in der Richtung? Ich werde jedenfalls... Aha. Und wenn wir laufen zum Ventil und uns dann irgendwo da verstecken oder sonst irgendwas... Aber gehen wir davon mal dahin lang kurz. Und zack. Nice. Oh, können wir uns... Nee, ich glaube wir können nicht. Und... Wir haben sogar ein Ventil. Was? Okay, da können wir uns verstecken. Und schön brav drehen. Schön brav drehen. Schön brav drehen. Nice. Und rein mit uns. Oh yeah. Naja, theoretisch gesehen sind sie eh nur zwei, aber... Wir haben den Typen... Wir haben den Typen dabei, also... Äh... Hm. Wo kommt denn der endlich? Also... Das Atmen macht es auch nicht gerade einfacher, aber... Ich warte, bis er die ganze Zeit kommt. Jetzt kommt er. Genau. Ich habe ihn schon irgendwie vermisst. Dass er nicht kommt. Und jetzt auch noch das Herz pumpen. Rasen und so. Halt bloß deine Fresse, sonst kommt er noch... Und schaut bei unserem Spind dran. Okay, wahrscheinlich schaut er genau daneben. So wie jedes Mal. Und da ist auch schon der Große. Und er schaut daneben wieder rein. Weil das gibt es ja nicht, dass er dann bei uns reinschaut, obwohl wir uns die ganze Zeit da drin verstecken. Oh, stinkt es da drin so heftig. Tja, du solltest mal dich riechen, Bro. Huh. Dann weißt du, was stinkt. Sollen wir ihn jetzt schon verlassen? Ja, verlassen wir ihn jetzt schon. Wenn nicht, dann können wir ihm ja auch noch irgendwie... Können wir ja noch weglaufen. Gehen wir einfach mal jetzt mal den Typen da entlang. Dann verstecken wir uns. Dann geht er vielleicht wieder in die Richtung oder sonst irgendwas. Aber der geht immer in die Richtung. Wieso? Ist genau da das nächste Ventil oder wie? Hier. Warte, gut. Geh in Deckung. Alter, geh in Deckung. Jetzt. Jetzt hat er es endlich geschafft. Okay. Hm. Können wir sogar da vielleicht... Okay, es schaut jedenfalls nicht so aus. Wie schaut es eigentlich da aus? Okay, da können wir mal nicht durch. Aber da können wir durch. Genau. Aber da. Und dann gehen wir da mal kurz entlang. Oh, nein. Aber dafür können wir sehen, ob er jetzt da gerade ausgeht oder nicht. Also das ist ja doch eine starke Hilfestellung. Und können wir ja nur warten, Leute. Und sonst, wie geht es euch darum? Ja, gut. Schaut, dass ich das jetzt nicht streamen würde. Dann würde ich gerade mit euch schreiben und so. Oder sonst irgendwas. Aber ich probiere es dann eh mal mit meinem neuen Internet an. Wenn ich dann mein neues Internet anachten bekomme. Da kommen dann natürlich auch neue Spiele und so. Alles drum und dran. Und ja. Da werden natürlich auch längere Parts dabei sein. Ja, das war jetzt gerade ein kleiner zukünftiger Spoiler-Alarm. Weil was in der Zukunft bei meinem Kanal passiert ist. Und es werden natürlich jetzt... Es sind viele Spiele, aber es werden mehr auch so Multiplayer-Spiele sein, die was extrem langfristig sind, wie Destiny oder The Division. Da werde ich nicht die Story durchspielen, sondern wirklich... Da werde ich wirklich sehr vieles drin investieren und so alles. Viel Zeit und so. Und dann werde ich halt schauen, dass ich wie Outlast... Ja, Outlast jetzt sehr oft spielen werde. Dass ich damit nicht jetzt schnell durch bin, aber dass ich damit sozusagen abhaken kann. Und dass ich jetzt dann schön brav weitermachen kann mit neuen Projekten und sonst irgendwelche anderen Spielen und sonst. So. Gehen wir da einfach mal kurz durch. Ähm, gehen wir da einfach mal kurz durch. Hm, ich bin gespannt, was da auf uns wartet jetzt. Aha, okay. Dann gehen wir da einfach mal kurz durch. Hoffentlich sind wir überhaupt noch richtig. Oh, wir sind noch richtig. Und ich habe so das Gefühl, dass das sich ja jetzt hier noch... Aha, okay. Dann müssen wir uns unbedingt beilen. Und yes. So. Genau. Genau, genau, genau. Jetzt müssen wir uns beilen, so schnell wie es geht. Weil der wird jetzt sicher kommen. Und wir müssen genau da. Und das nützen wir natürlich jetzt aus. Die Frage ist jetzt nur, wo ist er mit den Ketten? Ist er jetzt schon dort oder ist er jetzt bei mir? Da ist er. Ah, okay. Geh ruhig. Geh ruhig. Dich braucht hier niemand. Okay, passt. Der geht eh nach rechts. So, dann können wir eh laufen. So, lauf, 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 lauf. Schamper, lauf. So, und jetzt sollte das ja eigentlich dann geschafft sein, oder? Yes. Und runter mit uns. So. Dann schauen wir, ob wir es schaffen. Oder ob wir dann auch vielleicht noch ein drittes Radar noch machen müssen. Kann ja auch möglich sein. Hoffentlich hört er uns nicht. Das kann ja sein, dass er uns jetzt vielleicht hört. Und ja. Schockdunkel hier. Ja, wir haben es geschafft. Nice. Oh, da hat es ja noch jemand versucht hier. Cool. Ja, dann müssen wir da unbedingt wieder die Batterien reingeben und sonst so. Alter, ich hoffe, dass er jetzt nicht nochmal da ist oder sonst irgendwas, dass wir jetzt wirklich endlich unsere Ruhe haben hier. Oho, da sind aber richtig viele Leiche. Warten wir mal, oder gehen wir das seitlich? Ja, passt schon. So. Und halt wieder rüber. Oh, toll. So, brauchen wir jetzt eh nicht. Dann hoffen wir mal, dass wir... Oh. Oh. Hä? 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 Wir sind nicht alleine. Na toll. Ah, es war ja so schön jetzt gerade wieder kurze Zeit alleine zu sein. Und... Ich finde einen Weg aus der Kanalisation. Ich versuche es ja die ganze Zeit. Ich schaue ja, was geht, dass ich da endlich hier rauskommen kann und sonst irgendwas. Wieso habe ich das Gefühl, dass er von unten uns angreift? Kann das? Oh. Gehen wir mal kurz runter. Alter, ich glaube, das ist der scheiß Pfarrer. Wollte ich mich ernsthaft jetzt mehr machen? Uh. Okay. Wie nett. Okay, da können wir mal nicht hin. Dann können wir eh nur da hin. Ja, hier... Oh, fuck. Dann... Ja, sozusagen gehen wir dann eigentlich wieder zurück. Wenn man es so nimmt. Oh, shit. Oh, schade. Ich hätte mir jetzt gedacht, da können wir vielleicht was mitnehmen, aber sonst irgendwas. Und es ist wunderschön dunkel jetzt gerade wieder. Wo? Wo? Okay. Dann gehen wir einfach mal da durch. Oh, scheiße. Das wird eben abgedrehter und abgedrehter hier. Alter. So, dann gehen wir mal kurz da durch. Shit. In der Hoffnung, dass uns eh nichts passiert. Okay, weil da habe ich jetzt eh gerade gesehen, da ist jetzt gerade zu. Und... Es schaut so aus, wie hätten wir es dann... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Gehen wir da vielleicht da so durch. So, du dich da vielleicht mal so durchzwingen oder sonst irgendwas. Die ganzen... Wow, shit. Die ganzen Geräusche und so alles. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also, da muss man wirklich sagen, top. Wirklich top. Ah, okay. So, dann gehen wir mal da kurz durch. Dann schauen wir uns ein bisschen um. Vielleicht liegt der im Wasser eine Batterie. Kann ja vielleicht möglich sein. Oh, da liegt der wirklich hier. Passt. Gute Frage, wie wir da jetzt wohl rauskommen wollen. Also, ich sehe da jetzt eigentlich nicht, dass wir da... Können wir da vielleicht tauchen? Oder... Nee, das... Oh, Mann. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber... Warte kurz, warte kurz. Wir könnten eigentlich das da nützen. Nee. Dann sind wir dann wieder genau klar rum. Mist. Mann. Okay, das wird wahrscheinlich nur dazu dienen, dass wir dann auch wirklich dann eine Batterie haben zum Sehen. Aber sonst... Achso, darauf. Okay, passt. So, und wieder. Genau. Genau, genau, genau. Nicht, dass hier jetzt der Große oder so kommt. Nein, den Großen brauche ich erst recht, jetzt nicht. Aber schauen wir mal. Jetzt brauchen wir definitiv genug Batterie. Dass wir das hier irgendwie auf eine kranke Weise überleben. Uh. Okay, dann sind wir wenigstens mal kurz... So, jetzt. Oh, da gehen wir mal kurz hin. Vielleicht. Oder? Nee. Schade. Schade, dass da keine Batterie ist. Wir verlieren jetzt da wirklich sehr viel. Wieso habe ich das Gefühl, dass er sich bewegt? Nee, leider nicht. Okay. Aber irgendwas hat sich im Wasser bewegt. Irgendwas bewegt sich im Wasser. Genau. Das schaut ja schon so aus, wie wäre da der irgendwie der Ausgang oder sonst. Das gehen wir einfach mal da in der Hoffnung hin. Ob uns da eh nichts passiert. Oh. Okay. Puh. Okay, passt. Lass mich da mal kurz... Gehen. So, genau. Genau, genau, genau. Und nice. Alter, das ist hier richtig... Oh, oh. Lass mich raten. Jetzt ist der Dicke da. Jetzt haben wir sowieso keine Chance mehr. Wenn der große Brummi da ist, dann... Nee, dann nicht. Alter. Das ist hier... Ich finde das richtig pervers jetzt gerade. Wenn diese scheiß fucking Kanalisation... Du weißt nicht, ob da jetzt wirklich einer da ist oder nicht. Die Batterie kann auch jeden Moment ausgehen. Du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hätte einfach mal gesagt, wir gehen da einfach jetzt trotzdem da immer so seitlich entlang. Dass wir endlich dann auch noch mal den Ausgang finden werden. Mist. Ja, da müssen wir unbedingt wieder nachladen. Mann. Da verliehen wir so viel. Wir könnten auch so die ganze Zeit gehen und dann so. Dann wieder so. Dann wieder so. Dann machen halt die Profis wahrscheinlich bei Outlast. Aber wir sind hier keine Profis. Wir sind in Angsthosen. Oh. Passis. Ah, okay. Das ist... Schaut jedenfalls schon mal so aus, wie wäre da ein bisschen Licht... ...wo man hingehen könnte. Ähm... Wir werden sterben. Wir werden sterben. Aha, okay. Dort ist er. Alter. Nicht noch, er auch noch. Das gibt's ja nicht. Die wollen mich ja hier verarschen. Nein. Da verliere ich ja jede Hoffnung an dem Spiel. Können wir da vielleicht irgendwie... ...ist da eine Treppe oder sonstiges. Ja, genau. Shit. Fuck. Und wir kommen da nicht hoch? Oh ja, wir kommen da hoch. Müssen wir schauen, ob wir da hochkommen. Yes. Geht das schneller? Ja. Nee. Alter. Und wir da... Ähm... Nein. So. Dann gehen wir einfach mal so in den Kreis. In der Hoffnung, dass er uns nicht erwischt. Dass wir dann da raufkommen. Nein, du Hure. Boah. Gescheißen. Alter. Boah. Nichts mehr bist du deppert. Gescheißen. So. Dann müssen wir halt wieder da durch. Aber wenigstens immerhin. Immerhin. Okay. Wo haben wir denn nochmal... Aha, okay. Irgendwo. Seitlich. Und er ist schon wieder da. Shit. Jetzt. Irgendwo da. Und dann... Seitlich halt. Ah, warte. Ich glaube, ich habe es schon gesehen. Oder? Mist. Aber wir sind auch immer, dass er seitlich... Wir können uns ja auch nicht verstecken oder sonst irgendwas. Das ist ja das. Und... Mir kommt so vor, wir hätten wir am Anfang nicht gehabt. Nur später erst. Shit. Es kommt mir immer so vor, wie wir wieder immer näher kommen oder sonst irgendwas. Hätte ich gesagt, wir probieren einfach mal wieder die gleiche Taktik. Wir gehen da einfach seitlich wieder. Und dann schauen wir mal, wo er denn ist. Alter. Das ist richtig pervers. Das ist richtig krank gerade. Alter. Jetzt müssen wir auch noch diesen scheiß fucking Ausgang finden. Nochmal. Aber cool. Aber ich finde das richtig cool. Das ist... Es ist richtig schwer, cool und... Richtig erschreckend auch. Da haben wir es ja. Da haben wir es ja. Hoffentlich haben wir denn nicht wieder die Ketten oder sonst irgendwas. Warte, gehen wir da mal wieder kurz zurück. Der muss da irgendwas sein. Alter. Geschossen. So, jetzt sind wir wieder da. Aber er ist nicht da. Er ist nicht da. Komm. Schnell, 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 schnell. Nee, er hat mich. Er hat mich. So, lauf. Lauf, 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 lauf. Schlappe, lauf! Und rauf, 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 rauf. Yes. 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 Okay, passt. Lauf. Lauf so schnell, wie du kannst. du warte wenn ich dich kriege da bekommst du wirklich ein herzinfarkt in dem chess game nicht noch mal bitte nicht noch mal dass wir jetzt das richtig schlimm jetzt gerade selbst obwohl ich schon gesehen habe dass er da ist was trotzdem extrem heftig das wäre extrem heftig die man davon hat du ich hoffentlich will uns jetzt keiner fertig machen aha okay so gehen wir einfach mal kurz hin vielleicht auch ich hoffe wir sind dann endlich draußen leute na toll und man hört schon wieder wie alle runterfallen oder was er kreiert geschnetzelt paniert sonst noch irgendwas werden aber es ist immerhin schön dunkel na toll jetzt sind wir dann auch wieder bei der station drinnen gescheiß gefickt ich nie ich will nicht mehr so dann schiebt den scheiß doch mal zur seite und schauen ob man da okay ich glaube der kann aber nichts schlimmes sitzt mit uns machen ich glaube eher weniger dass wir immer so toll immer die türen und so alles aufmachen müssen hoffentlich ist eine andere richtung und batterie nix man was haben wir denn da nicht man brauchen jetzt unbedingt batterien alt aber was geht hier ab ernst ist was ist das jetzt bitte für eine station oh shit man schieben wir das zur seite schieben wir das ja okay machen wir es einfach ich weiß sowieso dass es ein fehler jetzt gerade dass wir das jetzt zur seite schieben und das dann aufmachen aha er verpisst sich einfach aha schade schon mal vielversprechend aus ich hoffe bitte nur nicht dass der große irgendwo da in der nähe ist ich will einfach nicht das das sind zwei stimmen ich glaube das müssen wir nicht unbedingt jetzt sehen also vergnügt sich halt mit der patientin wieso da nicht würde ich eben auch wenn ich ihm sagen wir so gönn ich ihm an ausmachen kämpfe so nach oben ticket 500 2 5 wir können nicht auf selten ist aufmachen wieso können wir nicht drauf an Lena de hausland da sagt Shit. Versteck. Komm, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Nein! Alter, geschessen. So, oh, das sind ja richtig viele. Shit! Fuck! Das sind ja alle Hinniken da jetzt gerade, oder? Nee, lass mich da einfach jetzt mal kurz durch. Dankeschön. Fuck. Shit. Und da kommt es schon wieder. Pech gehabt! Haha! Lauf, 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 lauf. Lauf. Geh einfach. Geh einfach und rette dich. So. Alter, kannst du ja nicht entkommen, oder so? Wir sind ja überall. Huh. Wann ist denn eigentlich... Alter! Ja, das habe ich verdient. Ja, dann müssen wir einfach schauen, dass wir hier irgendwie durchkommen, oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wie wir da rauskommen wollen. Aber jetzt werden wir sowieso sterben. Aha, da haben wir wenigstens mal kurz... Ja. War eh klar. Shit! Da. Fuck. Okay, passt. So, wir müssen das öffnen. So, genau. Mach, so schnell wie es geht. So schnell. Komm. Yes, yes, yes. Mach auf, mach auf. Ah, schon wieder falsch. So, genau. Lauf, 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 lauf! Scheiße, die sind direkt hinter uns. So, dann haben wir das auch schon mal geschafft. Jetzt die Seite. Ah, jetzt würde ich schon wieder fast die andere Seite machen. So, einmal, zweimal. So, genau. Einmal aufmachen. So, genau. Lauf, 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 lauf. So schnell wie du kannst, so schlampe. So, genau. Einmal aufmachen. Passt, nice. So, dann da rauf. Ich hoffe es einmal, dass wir richtig sind. Hinter uns war es schon extrem nah. So, genau. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Ja, ja, das schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. So, da jetzt auch mal durch. Oh, ähm, hab ich schon gesagt, dass das hier kein Mirror Sage ist? Oh. 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 Das ist hier kein Mirror Sage oder so. Oh, oh. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Nein. 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 Yes. Oh, zum Glück. Zum Glück haben wir das gefunden. Zum Glück. Zum Glück. Da jetzt einmal durch, bevor die da jetzt wirklich alles sinnig machen. Genau. Genau. Mach auf, mach auf, mach auf. Und da durch. Nein. Komm. Lass mich da durch. Komm. Lass mich. Nein. Nein. Lass mich da durch. Yes. Oh. Zum Glück. Oh. Shit. Fuck. Fuck. Alt Bat. Nein. Fuck dich. Was für eine wunderschöne Endung im Spiel. Das schaut richtig cool aus. Ja, wieso nicht? Das sieht ja nicht so cool aus. Oh, wie schön da alles verschwollt ist. Ja, ich bumm zu. Aber immerhin hat uns jemand geholfen. Das muss man auch wieder dazu sagen. Er hat uns geholfen. Ah, der Eingang. Nein, nach vor. Lass mich laufen. Lass mich laufen. Lass mich laufen. Ja, warte. Lauf. Was? Achso, ja. Wir sind ja gefesselt. Shit. Nein. Da wäre der Scherz-Ausgang gewesen, du Missy. Oh, wie cool der... Oh. Aber wie cool der ausschaut. Richtig cool. Und ich nehme an, sie sind der Doc, der Schnitzelklopfer. Enden wir jetzt auch genau die, so wie die in der Kanalisation. Und ich nehme an, sie sind der Scherz-Ausgang. 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 Und ich nehme an, sie nehme an. Und ich nehme an. Untertitelung des ZDF, 2020